Hallo zusammen, ich stelle euch hier das Spiel Star Wars Unlimited vor. Es ist ein Sammelkartenspiel für zwei Spieler mit einer angegebenen Spieldauer von 20 Minuten. In dem Spiel kommandiert ihr die Streitkräfte des Star Wars Universums und versucht die gegnerische Basis auszuschalten. Und wie genau das funktioniert, das zeige ich euch in diesem Video. Bei dem Spiel handelt es sich um ein Trading Card Game, beziehungsweise zu Deutsch Sammelkartenspiel. Es gibt verschiedene Produkte, die man zum Losspielen erwerben kann. Zum Einstieg empfiehlt sich eines der Starterpacks, wovon beispielsweise das Zweispielerstarterset zu der Funke einer Rebellion das erste Set darstellt. In diesen Startersets findet ihr das wichtigste Spielmaterial und schon vorgefertigte Kartenzusammenstellungen, mit denen ihr direkt losspielen könnt. In der Starterbox liegen zwei Kartensets bei je eins für jeden Spieler. Diese sind separat für die zwei Fraktionen verpackt und sollten zu Beginn nach dem Auspacken auch weiterhin separat gehalten werden. Im Funke einer Rebellion-Starterset gibt es je einen Pack für das Spiel mit dem Anführer Luke Skywalker und eins mit Darth Vader. Dabei liegt in jedem Pack jeweils eine Anführerkarte bei, die doppelseitig bedruckt ist. Handelt es sich dabei um eine einzigartige Karte, ist dies mit einem Sternchensymbol vor dem Namen aufgeführt. Jede einzigartige Karte hat dabei noch einen Untertitel, um sie von anderen einzigartigen Karten mit demselben Namen zu unterscheiden. Daneben findet ihr Aspektsymbole, die unter anderem beim Zusammenbauen des eigenen Kartendecks eine Rolle spielen. Unter dem Bild sind diverse Merkmale als Stichwörter aufgeführt, die für Karteneffekte im Spiel relevant sein können. Das kann beispielsweise als Stichwort das Wort Imperium oder Rebellen sein, um eine Fraktionszugehörigkeit anzuzeigen. Nebenstehen findet ihr Aktion sowie eine epische Aktion, die es euch erlaubt, den Anführer zu rufen. Rufen heißt, ihn auf die Einheitenseite umzudrehen und als Einheit ins Gefecht zu führen. Die Angaben auf der Einheitenseite sind ähnlich, es findet sich aber oben links noch ein Kostenwert auf der Karte sowie unter dem Bild auch einen Stärkewert, der angibt, wie viel Schaden die Einheit bei einem Angriff zufügen kann und einen Trefferpunktewert, der angibt, bei wie viel Schadenspunkten die Einheit besiegt ist. Die Fähigkeit der Einheit ist unten aufgeführt. Jede Seite bringt dabei genau eine Basiskarte mit sich, die oben links die Trefferpunkte der Basis anzeigt. Spielziel ist es, die gegnerische Basis auszuschalten und so viel Schaden zu verursachen, wie die Basis Trefferpunkte hat. Die eigene Basis versucht man dabei hingegen bestmöglich vor gegnerischen Schaden zu schützen. Mittig ist der Name der Karte aufgeführt und rechts das zugehörige Aspektsymbol. Bei den Aspekten gibt es bisher sechs Stück im Spiel. Wachsamkeit, Aggression, Heldentum, Kommando, Raffinesse und Niedertracht. Diese Aspekte sollen die Weltanschauung bzw. Motivation darstellen. Neben der Bedeutung der Aspekte für die Zusammenstellung des Decks können auch Kartenfähigkeiten auf die Aspekte Bezug nehmen. Des Weiteren liegen neben den Anführer und Basiskarten noch weitere Karten bei, die sich in Einheiten, Ereignis- und Upgrade-Karten unterteilen. Der Kartentyp ist dabei jeweils oben auf der Karte aufgedruckt. Die Einheitenkarten haben oben links die Kosten aufgeführt, die der aktive Spieler zahlen muss, um sie in einem Kampfgebiet ins Spiel zu bringen. Dabei gibt es zwei Kampfgebiete, Boden und Weltraum. Zu welchem Gebiet eine Einheit entsandt werden kann, ist oben rechts aufgeführt. Der Name der Karte befindet sich darunter sowie ebenso die Aspektsymbole. Stärke und Trefferpunkte sind unter der Illustration angegeben, ebenso wie die Merkmale der Karte. Die Fähigkeiten der Karte sind im Kartentext darunter aufgeführt. Die Upgrade-Karten sind analog aufgebaut und können an bestimmte Einheiten angehangen werden. Solange diese Einheit im Spiel ist, kann das Upgrade die Stärke und bzw. oder den Trefferpunkte-Wert der Einheit erhöhen oder ihr zusätzliche Fähigkeiten verleihen. Die Bonuswerte der Upgrade-Karte sind mit einem Pluswert entsprechend unten auf der Karte angegeben. Ereigniskarten sind ähnlich aufgebaut, haben aber keine Stärke- oder Trefferpunkte-Werte und die Merkmale der Ereignisse sind oben unter dem Namen aufgeführt. Ereignisse werden in kein Kampfgebiet gelegt, sie werden nach einmaligem Abhandeln des Karteneffekts direkt auf den Ablagestapel gelegt. Davon abgegrenzt findet ihr noch Marker-Upgrade-Karten, die doppelseitig bedruckt sind. Mit einer Erfahrungsseite, die den Stärke- und Trefferpunkte-Wert einer Einheit, an der sie angehangen wurde, um je eins erhöht und einer Schild-Rüstungsseite, die einer Einheit die aufgedruckte Fähigkeit gibt. Für die zwei Kartensets liegen im Zweispieler-Starter-Set zwei faltbare Deckboxen bei, in denen ihr das jeweilige Kartendeck aufbewahren könnt. Ihr findet noch diverse Marker in der Box, hauptsächlich Schadensmarker mit Werten von 1, 5 und 10, die im Spielverlauf den zugefügten Schaden anzeigen. Daneben liegen zwei Marker zum Anzeigen des Einsatzes einer epischen Aktion bei, sowie ein Initiative-Plättchen, um den Spieler mit der Initiative anzuzeigen. Für jeden Spieler gibt es noch eine Spielflächenmatte, die den Spielbereich eines Spielers aufgegliedert darstellt, also wohin welche Karten im Spielverlauf gelegt werden. Um Mittig, Basis- und Anführerkarte und links und rechts davon jeweils ein Kampfgebiet, separiert für Boden- und Weltraumeinheiten. Platz für als Ressourcen gespielte Karten ist darunter gegeben, sowie daneben für das Kartendeck und den Ablagestapel. Links ist Platz für den Initiativmarker, falls man die Initiative an sich genommen hat und darunter sind auf den Matten noch die wichtigsten Regeln zusammengefasst. Zum Spielaufbau nimmt jeder Spieler ein Kartendeck. Wenn ihr mit dem ersten Starter-Set spielt, erhält ein Spieler beispielsweise Luke Skywalker und der andere Spieler das Deck von Darth Vader. Anführer, Basis- und Markerkarten werden herausgesucht und separat bereitgelegt. Solltet ihr schon ein fortgeschrittenes Deck mit Erweiterungskarten aufbauen wollen, gehe ich darauf am Ende der Regelerklärung genauer ein, wie ihr euer eigenes Deck aufbauen könnt. Jeder Spieler legt eine Spielmatte vor sich aus, wobei sich die Spieler gegenüber sitzen. Die Basis legt jeder Spieler auf das vorgesehene Feld, darunter bringt ihr den doppelseitig bedruckten Anführer ins Spiel. Der Anführer wird dabei mit der horizontalen Nicht-Einheiten-Seite ausgelegt. Danach wählt ihr zufällig einen Startspieler aus. Dieser entscheidet, wer die Partie mit dem Initiativeplättchen beginnt. Er hat dabei die Wahl, ob er selbst mit dem Initiativeplättchen beginnt oder es dem Gegner weitergibt. Für euer erstes Spiel könnt ihr auch vereinfacht zufällig bestimmen, wer das Initiativplättchen erhält. Die restlichen Marker legt ihr griffbereit zur Seite. Jeder Spieler mischt dann sein Kartendeck und zieht sechs zufällige Karten davon auf seiner Hand. Wenn einem Spieler nach dem Anschauen seiner Handkarten seine Karten nicht gefallen, kann er optional einen Mulligan nehmen. Das heißt, er mischt alle seine sechs Karten zurück in den Stapel und zieht sechs neue Karten. Diese neu gezogenen Karten muss der Spieler dann aber behalten. Für Einsteiger wird empfohlen, einen Mulligan zu nehmen, wenn man keine Karten mit geringen Kosten von 1 oder 2 auf der Hand hat, die man in der ersten Runde spielen könnte. Nachdem man seine sechs Karten auf die Hand gezogen hat, wählt jeder Spieler davon zwei aus und bringt sie verdeckt als Ressource ins Spiel. Diese verdeckt ausgelegten Karten sind nun die Ressourcen, mit denen man während des Spiels weitere Karten zum Ausspielen bezahlt. Damit ist der Spielaufbau auch schon abgeschlossen und das Spiel kann losgehen. Eine Partie besteht aus mehreren Runden, die jeweils aus einer Aktionsphase und einer Sammelfase bestehen. In der Aktionsphase führen die Spieler abwechselnd je einer Aktion durch. Das wird so lange im Wechsel wiederholt, bis beide Spieler gepasst haben. In der anschließenden Sammelfase ziehen die Spieler neue Karten, sie können eine weitere Ressource ins Spiel bringen und erschöpfte Karten spielbereit machen. Die Partie endet sofort, wenn die Basis eines Spielers null verbleibende Trefferpunkte hat und damit besiegt wurde. Der Spieler, dessen Basis besiegt wurde, ist der Verlierer, sein Gegner, der Gewinner. Die Runde beginnt mit der Aktionsphase. Wer dabei das Initiativplättchen hält, führt dabei die erste Aktion aus. Danach ist der Gegner an der Reihe und das geht so lange im Wechsel weiter, bis beide Spieler gepasst haben. Folgende Aktionen stehen den Spielern dabei zur Verfügung. Eine Karte spielen, mit einer Einheit angreifen, eine Aktionsfähigkeit verwenden, die Initiative übernehmen oder passen. Mit der Aktion eine Karte spielen kann der aktive Spieler eine Karte von seinen Handkarten auswählen und ihre Kosten zahlen, um sie ins Spiel zu bringen. Um die Kosten zu bezahlen, erschöpft man so viele Ressourcen, wie die Karte an Kosten mit sich bringt. Wenn eine Karte mehr Ressourcen kostet, als man zahlen kann, kann man die Karte nicht ausspielen. Beispielsweise kostet diese Karte 2, das heißt, man muss 2 Ressourcen erschöpfen. Zum Erschöpfen einer Karte dreht man die genutzte Karte seitwärts. Sie kann dann nicht nochmal eingesetzt werden, zumindest so lange nicht, bis sie wieder spielbereit gemacht wurde. Nach dem Zahlen der Kosten wird die Karte in ihr Kampfgebiet gelegt und direkt erschöpft. Am Rundenende in der Sammelfase werden grundsätzlich alle Karten wieder spielbereit gemacht, also aufrecht gedreht. Habt ihr euer eigenes Kartendeck gebaut, müsst ihr beim Bezahlen der Kosten möglicherweise auch die Aspektstrafe beachten. Dabei gilt, wenn man eine Karte ausspielt, müssen in erster Instanz die auf ihr aufgeführten Aspekte ebenso auch in gleicher oder höherer Anzahl auf dem eigenen Anführer und bzw. oder der eigenen Basis aufgeführt sein. Spielt man aber eine Karte aus, die Aspektsymbole zeigt, die nicht oder nicht in ausreichender Anzahl auf dem Anführer oder der eigenen Basis sind, muss man für jedes fehlende Symbol zwei Ressourcen als Aspektstrafe zusätzlich an Ressourcen zahlen. In der Regel versucht man das aber beim Zusammenstellen seines Kartendecks zu beachten und nimmt im Regelfall eher Karten in das Deck, die keine Aspektstrafen verursachen würden. Wenn euch aber eine Karte besonders zusagt, kann sie aber auf diese Art und Weise dennoch ins Spiel gebracht werden. Beispielsweise könnte der Darth Vader Spieler auch R2-D2 im Deck haben, müsste aber beim Ausspielen statt den Kosten von 1 drei Ressourcen bezahlen, da er das Heldentum-Aspekt nicht auf seinem Anführer oder seiner Basis hat. Spielt ihr nur mit den Starter-Sets, gibt es keine Karten, die für euch eine Aspektstrafe verursachen würden. Es gibt dabei drei Kartentypen, die man ausspielen kann. Einheiten, Upgrades und Ereignisse. Einheiten und Upgrades werden nach Ausspielen ins Spiel gebracht. Ereignisse werden einmalig abgehandelt und dann abgelegt. Beim Ausspielen einer Einheit ist zu beachten, dass diese in das zugehörige Kampfgebiet gelegt wird. Dabei kommt jede ausgespielte Einheit zuerst erschöpft ins Spiel, also seitwärts gedreht. Einheiten bleiben so lange im Spiel, bis sie besiegt wohnen, also mindestens so viele Schadenspunkte erhalten haben, wie ihre Trefferpunkte angeben. Neben den Einheitenkarten kann man auch Upgrade-Karten ausspielen. Diese hängt man nach Ausspielen an eine bereits im Spiel befindliche Einheit an. Die Upgrades können dabei die Stärke und bzw. oder die Trefferpunkte, einer Einheit erhöhen und ihr besondere Fähigkeiten verleihen. Die Karte wird dabei zum Anhängen teilweise unter die Einheitenkarte geschoben, sodass der untere Teil der Upgrade-Karte noch sichtbar bleibt. Vor dem Anhängen muss man den Fähigkeiten-Text der Upgrade-Karte beachten, beispielsweise kann Vaders Lichtschwert nur an Nicht-Fahrzeugkarten angehangen werden. Fahrzeug ist dabei ein Kartenmerkmal, auf das hier Bezug genommen wird. Falls eine Einheit mit einem angehängten Upgrade besiegt wurde oder auf andere Weise das Spiel verlässt, wird das Upgrade auf den Ablagestapel gelegt. Wichtig zu beachten ist auch das Symbol für die Einzigartigkeit auf den Karten, welches sich gegebenenfalls neben dem Namen einer Karte befindet. Einzigartige Karten stehen für spezielle Charaktere oder Objekte, wovon man immer nur ein Exemplar im Spiel haben kann. Sollte man mehrere Exemplare derselben einzigartigen Karte unter seiner Kontrolle im Spiel haben, muss man sofort so viele Exemplare davon besiegen, bis davon nur noch eins im Spiel ist. Einige Karten haben Fähigkeiten, die einmalig beim Ausspielen aktiviert werden. Diese leiten ein mit Wenn gespielt und führen danach den Effekt auf, den der ausspielende Spieler nun abhandeln darf. Beispielsweise kann der aktive Spieler nach Ausspielen von Lea einmalig eine Ressource wieder spielbereit machen oder eine Einheit erschöpfen. Karten, die die Fähigkeit Hinterhalt aufgeführt haben, dürfen optional spielbereit gemacht werden, um damit direkt eine feindliche Einheit anzugreifen. Sollte es aber keine feindliche Einheit geben, die man mit dem Hinterhalt angreifen könnte, darf man die Karte nicht spielbereit machen. Neben Einheiten und Upgrades kann man auch Ereignisse ausspielen. Die Fähigkeiten von Ereigniskarten werden nach dem Ausspielen einmalig abgehandelt. Danach wird die Ereigniskarte direkt auf den Ablagestapel gelegt. Manche Karten erlauben es einer Einheit, einen Marker zu geben. Dafür wird eine der beiseite gelegten Markerkarten genommen und an einer Einheit im Spiel angehängt. Die Marker sind dabei nicht begrenzt. Sollten die Karten nicht ausreichen, wird ein beliebiger Ersatz genommen. Ein Erfahrungsmarker gibt der Einheit mit diesem Marker plus einen Stärke und plus einen Trefferpunkt. Ein Schildmarker verhindert einmalig eine beliebige Menge Schaden, die der Einheit mit dem Marker zugefügt wurde und wird dann abgelegt. Dabei kann eine Einheit mehrere Marker auch derselben Art angehangen haben. Einige Einheiten haben die Fähigkeit abgeschirmt aufgeführt. Wenn das der Fall ist, darf man diesen Einheiten direkt beim Ausspielen einen Schildmarker anhängen. Die Aktion mit einer Einheit angreifen erlaubt es dem aktiven Spieler mit einer seiner spielbereiten Einheiten anzugreifen. Hat ein Spieler nur Erschöpfte und keine spielbereiten Einheiten mehr, kann er nicht angreifen. Mit einer Angreifenaktion kann genau eine eigene Einheit angreifen. Dabei kann man gegnerische Einheiten angreifen oder die gegnerische Basis. Bodeneinheiten können dabei im Kampf nur andere Bodeneinheiten und keine Weltraumeinheiten angreifen. Weltraumeinheiten können wiederum nur Weltraumeinheiten angreifen und keine Bodeneinheiten. Die Basen können hingegen sowohl von Bodeneinheiten als auch von Weltraumeinheiten angegriffen werden. Wenn man eine spielbereite Einheit für den Angriff bestimmt hat, geht man dann wie folgt vor. Der Spieler erschöpft die Einheit und sagt an, welches Ziel er angreifen möchte. Also entweder eine feindliche Einheit im gleichen Kampfgebiet oder die gegnerische Basis. Beim Angriff müssen die Fähigkeiten des Angreifers und Verteidigers berücksichtigt werden. Sollte der Gegner eine Einheit im gleichen Kampfgebiet haben, die das Schlüsselwort Wachposten aufgeführt hat, muss der Angreifer diese Einheit angreifen. Er kann etwaige andere Nicht-Wachposteneinheiten und die feindliche Basis solange nicht angreifen, solange die Wachposteneinheit im Kampfgebiet ist. Wenn der Gegner mehrere Wachposteneinheiten hat, kann sich der Angreifer aber aussuchen, welche er davon angreift. Zu beachten ist, wenn die angreifende Einheit das Schlüsselwort Saboteur aufgeführt hat, darf der Angreifer die Wachposten- Fähigkeit ignorieren und eine beliebige Einheit oder die Basis angreifen. Das gilt aber nur für die Einheit, die gerade angreift. Daneben sollte die angreifende Einheit die Fähigkeit Saboteur haben, werden alle Schildmarker, die dem Verteidiger angehängt sind, sofort besiegt und abgelegt. Daneben gibt es auch die Fähigkeit Offensive, die die Stärke der angreifenden Einheit um einen bestimmten Wert erhöht. Bei der Karte Abtrünnige Agentin beispielsweise plus zwei Stärke, das heißt sie greift mit vier statt zwei Stärke an. Hat der Angreifer die Fähigkeit Wiederherstellen aufgeführt, heilt der Angreifer Schaden von seiner eigenen Basis in Höhe des angegebenen Wiederherstellenwertes. Bei einem Wert von zwei kann man also zwei Schadensmarker von der eigenen Basis ablegen. Einheiten, die die Fähigkeit hartnäckig besitzen, erhalten für jeden Schadenspunkt, der auf ihr liegt, einen Stärkebonus von plus eins. Hat eine Einheit mit hartnäckig beispielsweise einen Schadenspunkt auf ihr liegen, wird der Stärkewert um eins erhöht, in diesem Beispiel hier von fünf auf sechs. Das ist eine konstante Fähigkeit, die sowohl für die angreifende Einheit als auch die verteidigende Einheit gilt, wenn hartnäckig auf der Einheit aufgelistet ist. Daneben sollte die angreifende Einheit beim Angriff Fähigkeiten haben, werden diese nun auch abgehandelt. Der jeweilige Effekt der beim Angriff Fähigkeiten ist dabei unterschiedlich und im Kartentext der Karte aufgeführt. Beispielsweise können bei dem Druiden hier, wenn er angreift, zwei Schadensmarker von einer Einheit entfernt werden. Nach dem Abhandeln etwaiger vorgenannter Fähigkeiten fügt der Angreifer nun Schaden zu. Falls der Angreifer eine Einheit angreift, fügen sich die angreifende Einheit und die Verteidigereinheit gleichzeitig gegenseitig Schaden in Höhe ihrer jeweiligen Stärke zu. Verursachter Schaden wird dabei mit den Schadensmarkern markiert. Falls eine Einheit nun mindestens so viel Schaden hat, wie ihre Trefferpunkte angeben, wird sie sofort besiegt und auf den jeweiligen Ablagestapel gelegt. Beispielsweise wenn die Ehrengarde hier den Todessternsturmtruppler angreift, verursacht gleichzeitig die Ehrengarde vier Schaden auf den Sturmtruppler und jener drei Schaden auf die Ehrengarde. Der Sturmtruppler wäre damit besiegt, die Ehrengarde hätte drei Schadensmarker auf ihr liegen. Zu beachten ist, falls eine Einheit, der Schaden zugefügt wurde, ein oder mehrere Schildmarker angehängt sind, wird ein Schildmarker von dieser Einheit entfernt und ihr wird kein Kampfschaden zugefügt. Das heißt, ein Schildmarker ist bereits dazu in der Lage, den gesamten Kampfschaden zu negieren. Einige Einheiten haben noch einen Wenn-Besiegt-Effekt, der abgehandelt werden muss, wenn diese Einheit besiegt wurde. Beispielsweise hier, wenn Admiral Motti besiegt wurde, darf man eine Einheit, die das Niedertracht-Aspekt hat, wieder spielbereit machen. Ebenso ist die Fähigkeit Überwältigen zu beachten, bei der überschüssiger Schaden der gegnerischen Basis zugefügt wird. Beispielsweise, wenn die Verteidigereinheit nur noch einen Trefferpunkt hatte, aber sechs Schaden erhielt, werden die fünf überschüssigen Schadenspunkte auf die Basis gelenkt. Falls die angreifende Einheit statt einer gegnerischen Einheit die feindliche Basis angreift, fügt der Angreifer der Basisschaden in Höhe der Stärke der angreifenden Einheit zu. Die angreifende Einheit erhält in diesem Falle aber keinen Schaden. Sollten beim Angriff die Trefferpunkte der gegnerischen Basis auf Null fallen, ist das Spiel sofort vorbei und der angreifende Spieler hat gewonnen. Mit der Aktion eine Aktionsfähigkeit verwenden, kann man von einer Karte, die eine Fähigkeit mit dem Stichwort Aktion aufführt, jene verwenden. In der Regel ist diese mit dem Zahlen von Kosten verbunden, die in Klammern nach dem Wort Aktion angegeben sind. Mögliche Kosten sind beispielsweise das Zahlen von Ressourcen und beziehungsweise oder das Erschöpfen der Karte. Letzteres ist durch das Pfeil-Symbol angezeigt. Nur wenn man die Kosten zahlen kann, kann man die Aktion abhandeln. Eine epische Aktion ist eine besondere Aktionsfähigkeit, die nur einmal in der Partie verwendet werden kann. Epische Aktionen findet ihr vorwiegend auf Anführern oder Basen. Nach Verwendung einer epischen Aktion wird der epische Aktionsmarke auf die Karte gelegt, um anzuzeigen, dass die epische Aktion schon verwendet wurde. Bei dem Anführer ruft man mit der epischen Aktion diesen ins Spiel, dreht ihn auf die Einheitenseite und verschiebt diesen ins Kampfgebiet. Zu beachten ist, dass der Anführer direkt spielbereit in das Kampfgebiet gelegt wird. Die epische Aktion des Anführer-Rufens kostet keine Ressourcen, man muss die Ressourcen in aufgedruckter Anzahl nur kontrollieren. Daneben kann man den Anführer rufen, unabhängig davon, ob die Karte erschöpft oder spielbereit ist. Solange der Anführer im Spiel ist, kann er wie jede andere Einheit angreifen oder angegriffen werden, sowie Fähigkeiten verwenden. Wenn er besiegt werden sollte, kommt er mit der Nicht-Einheitenseite zurück unter die Basis und wird erschöpft. Danach legt man erst bei dem Anführer einen epischen Aktionsmarker auf die Karte. Man kann den Anführer also nicht erneut rufen. Andere Fähigkeiten der Karte kann man aber weiterhin verwenden. Mit der Aktion die Initiative übernehmen, kann der aktive Spieler die Kontrolle über das Initiativplättchen erhalten, selbst wenn er dieses schon vor sich ausliegen hat. Hat er es noch nicht, nimmt er es vom Gegner an sich. Sollte er es aber schon besitzen, bleibt der Marker einfach vor ihm liegen. Durch den Erhalt des Initiativmarkers ist man in der nächsten Runde in der Aktionsphase als erstes am Zug. Wenn man die Initiative genommen hat, kann man für den Rest der laufenden Runde keine weiteren Aktionen mehr durchführen. Das heißt, mit allen weiteren Aktionen in der Runde muss man passen. Wichtig zu beachten ist, dass nur eine Person pro Runde die Initiative übernehmen darf. Hat ein Spieler in einer Runde die Initiative übernommen, kann der andere Spieler dies nicht mehr tun. Erst in der nächsten Runde ist es wieder für ihn möglich. Die letzte Aktion ist die des Passens. Falls man keine anderen Aktionen mehr durchführen kann oder will, darf man passen. Wenn man passt, macht man einfach nichts und der Gegner ist wieder an der Reihe. Sollte der Gegner daraufhin nicht gepasst haben, kann man aber in folgenden Aktionen wieder eine andere Aktion als passen auswählen. Wenn nach dem Passen aber auch der Gegner passt oder wenn dieser die Initiative übernimmt, endet die Aktionsphase sofort und man geht zur Sammelphase über. In der Sammelphase zieht jeder Spieler zwei Karten von seinem Deck auf die Hand. Falls das eigene Deck leer sein sollte, spielt man mit den Karten weiter, die man zur Verfügung hat. Allerdings muss man für jede Karte, die man von seinem leeren Deck ziehen müsste, stattdessen seiner eigenen Basis drei Schaden zufügen. Ist das Deck beispielsweise in der Sammelfase leer, kann man zwei Karten nicht ziehen und die eigene Basis erhält sechs Schaden. Nach dem Schritt des Kartenziehens darf man eine Karte von seiner Hand wählen und sie verdeckt als Ressource vor sich auslegen. Damit erhöht man dann die Anzahl der Ressourcen, die man in künftigen Aktionsphasen ausgeben kann. Man kann sich aber auch alternativ entscheiden, keine Karte als Ressource zu spielen. Der Spieler, der die Initiative hat, entscheidet dabei zuerst, ob er eine Karte als Ressource legt oder nicht. Im Anschluss macht jeder Spieler alle seine erschöpften Karten wieder spielbereit und dann ist die Runde beendet und die nächste startet mit der Aktionsphase. Es wird dabei so lange gespielt, bis eine Basis zerstört wurde und dieser Spieler dann das Spiel verloren hat und sein Gegner gewonnen. Sollten die Basen der Spieler gleichzeitig null Trefferpunkte übrig haben, endet die Partie im Unentschieden. Daneben kann ein Spieler auch jederzeit aufgeben und verliert dann direkt die Partie. Im Folgenden stelle ich euch noch ausgewähltes Erweiterungsmaterial zu dem Spiel vor. Neben den Startersets kann man auch noch sogenannte Booster erwerben. Das sind kleine Packungen, die weitere Karten für das Spiel enthalten. Im Gegensatz zu den Startersets, wo der Inhalt identisch ist, ist der Inhalt eines jeden Boosters weitgehend zufällig. Die grundsätzliche Zusammensetzung eines Boosters ist aber identisch und orientiert sich dabei unter anderem an dem Raritätslevel der Karten. Dabei haben alle Karten ein Raritätslevel unten auf der Karte aufgedruckt. Gewöhnliche Karten, die häufig vorkommen, sind mit einem C englisch für Common markiert. Ungewöhnliche Karten mit einem U für ankommen, seltene Karten, die mit einem R für Rare gekennzeichnet sind und legendäre Karten mit einem L gekennzeichnet. In den Startersets findet ihr auch Karten, die mit einem S gekennzeichnet sind. Das steht für Spezial und diese speziellen Karten findet ihr nur außerhalb der Booster-Packs. Auf die Mechaniken im Spiel haben die Raritäten aber keinen Einfluss. Jeder Booster enthält 16 Karten, darunter eine Anführerkarte, eine Basis- bzw. Markerkarte, neun gewöhnliche Karten, drei ungewöhnliche Karten, eine seltene oder legendäre Karte sowie eine Premium-Foil-Karte. Die mit den Boostern zusätzlich erhaltenen Karten kann man nutzen, um sein eigenes Kartendeck zu verbessern. Die Firma Gamejanic bietet daneben auch offizielles Zubehör an, wie beispielsweise Kartenhüllen mit verschiedenen Artworks zum Schutz der Karten. Daneben gibt es als Ersatz für die faltbaren Deckboxen verschiedene Deckpots. In diesem kann der Anführer in einem speziellen Case aufbewahrt werden, das man herausziehen kann. Die Deckpots bieten Platz für bis zu 60 Karten in Kartenhüllen, separiert für die Basiskarte und haben auch ein herausnehmbares Fach für die Marker. Ebenso als Ersatz für die faltbaren Spielmatten gibt es auch Naturkautschukmatten mit verschiedenen Motiven. Daneben gibt es auch Plastikmarker, die die Pappmarker und die Marker-Upgrade-Karten ersetzen können. Im Folgenden erläutere ich euch noch den Deckbau im sogenannten Constructed-Format. Habt ihr beispielsweise zusätzliche Karten aus den Boostern erworben, könnt ihr vor dem Spielen euer eigenes Kartendeck zusammenbauen. Dabei sind folgende Anforderungen zu beachten. Man muss genau einen Anführer und eine Basis auswählen. Daneben muss sich das Kartendeck aus mindestens 50 Karten zusammensetzen, bestehend aus Einheiten, Ereignissen und bzw. oder Upgrades. Ein Maximum an Karten im Deck gibt es dabei nicht. Beim Aufnehmen von Karten muss man aber beachten, dass man von einer Karte nicht mehr als drei Exemplare in das Deck nehmen darf. Ebenso solltet ihr die Aspektsymbole eures Anführers und eurer Basis bei der Wahl der Karten berücksichtigen. Der Anführer gewährt dabei zwei Symbole und die Basis eins. Dadurch stehen euch in Summe drei Aspektsymbole zur Verfügung. Man kann grundsätzlich Karten mit beliebigen Aspekten in sein Deck nehmen, allerdings muss man eine Aspektstrafe bezahlen, wenn einem Aspektsymbole fehlen. Im Spiel gilt, für jedes Aspektsymbol auf der gespielten Karte, das nicht auf dem Anführer oder der eigenen Basis ist, muss man zwei extra Ressourcen zum Ausspielen zahlen. Manche Karten haben auch zweimal das gleiche Aspektsymbol, hat man es nur einmal auf seinem Anführer bzw. seiner Basis, muss man auch in diesem Falle zwei extra Ressourcen zahlen. Ein Spieler, der es gar nicht hat, müsste sogar vier extra Ressourcen zahlen. Normalerweise nimmt man also nur Karten in seinem Deck, die mit den Aspektsymbolen des Anführers und der Basis übereinstimmen. Außerhalb des Startersets gibt es auch Karten, die keine Aspektsymbole aufführen und so in jedes Deck aufgenommen werden können, ohne eine Aspektstrafe zu verursachen. Für Einsteiger ist daneben als Faustregel empfohlen, circa 30 bis 40 Einheiten in das Deck zu nehmen, wobei eine gute Mischung aus Boden- und Weltraumeinheiten enthalten sein sollte. Daneben sollte man 10 bis 20 Ereignisse und Upgrades aufnehmen. Die Kosten der Karten sollte man auch berücksichtigen. Für Einsteiger ist dabei empfohlen, eine große Anzahl an Karten mit Kosten von 1 bis 3 in das Deck zu nehmen. Damit hat man zu Beginn einer Partie schon genug Karten zum Ausspielen. Das als Überblick zu den Spielregeln. Im folgenden zeige ich noch eine Beispielrunde. Das Spiel ist hier bereits aufgebaut und wir haben unsere sechs Karten auf die Hand gezogen und uns entschieden, diese zu behalten. Wären wir unglücklich mit unseren Karten, könnten wir nochmal alle sechs abwerfen und einen sogenannten Mulligan durchführen. Dann würden wir die Karten zurückmischen und sechs neue ziehen. Das, was wir gezogen haben, passt hier für uns. Wir legen zwei unserer Karten dann noch als Ressource aus. Wir beginnen das Spiel mit der Initiative und als erste Aktion möchten wir eine Karte ausspielen. Dabei fällt unsere Wahl auf Leia, die wir in das Bodenkampfgebiet legen. Für Leia müssen zwei Ressourcen ausgegeben werden, die wir entsprechend erschöpfen. Nach dem Zahlen der Kosten und nachdem die Karte im Bodenkampfgebiet platziert wurde, gilt sie als gespielt. Zu beachten ist hier noch die Fähigkeit der Leia-Karte. Diese hat einen Wenn-Gespielt-Effekt, der nun aktiviert wird. In diesem Fall dürfen wir entweder eine Ressource spielbereit machen oder eine Einheit erschöpfen. Da hier noch keine gegendrische Einheit im Spiel ist, machen wir wieder eine Ressource einsatzbereit. Ausgespielte Einheiten kommen generell aber erschöpft ins Spiel. Das heißt, wir drehen Leia hier auf die Erschöpft-Seite. Unser Gegner ist nun am Zug und dieser entscheidet sich ebenso, eine Einheit auszuspielen für die Kosten von einer Ressource. Die Ressource erschöpft er und den Sturmtruppler legt er erschöpft in das Bodenkampfgebiet. Damit sind auch wir wieder in der Reihe und wir entscheiden uns diesmal, die Aktionen von unserem Anführer zu benutzen. Für das Zahlen einer Ressource und dem Erschöpfen der Anführerkarte dürfen wir einer Einheit, die wir in dieser Phase gespielt haben, einen Schildmarker geben. Weitere Voraussetzung dafür ist aber, dass die gespielte Einheit das Heldentum-Aspekt hat, was bei Leia hier der Fall ist. Das heißt, wir können ihr eine Schildkarte geben. Sowohl die verwendete Ressource als auch Lukes Karte müssen wir dann noch erschöpfen. Auf der anderen Seite entscheidet sich unser Gegner, eine weitere Einheit und zwar eine Weltraumeinheit auszuspielen. Dabei handelt es sich um einen Taijäger, der in das Weltraumkampfgebiet gelegt wird und dann wird noch die Ressource erschöpft. Wir sind wieder an der Reihe, haben nun keine weiteren Ressourcen mehr zur Verfügung oder keine Aktionen, die wir verwenden können, entscheiden uns also die Initiative an uns zu nehmen. Da wir diese bereits besitzen, bleibt der Marker hier einfach vor uns liegen. Unser Mitspieler entscheidet sich dann zu passen und damit ist die Aktionsphase beendet und wir gehen zur Sammelfase über. In dieser ziehen wir als erstes zwei neue Karten auf die Hand und dann dürfen wir uns eine unserer Handkarten aussuchen, die wir als Ressource auslegen. Wir können auch wahlweise darauf verzichten, aber zu Beginn des Spiels empfiehlt es sich immer mindestens eine Ressource auszulegen, solange bis wir unseren Anführer ins Spiel bringen konnten. Dabei fällt unsere Wahl auf die R2-D2-Karte, die wir dann verdeckt als Ressource auslegen. Als letzten Schritt in der Sammelfase machen wir dann noch alle unsere erschöpften Karten wieder spielbereit. Da wir weiterhin die Initiative haben, beginnen wir auch die zweite Runde. Wir möchten verhindern, dass die Sturmtruppen hier unsere Basis angreifen, also befehlen wir Lea, die Sturmtruppen anzugreifen. Die Einheiten fügen sich jetzt nun gegenseitig Schaden zu und die zwei Schaden, die wir dem Sturmtruppler zugefügt haben, reichen aus, um ihn zu vernichten. Auf der anderen Seite werden die drei Schadenspunkte, die uns zugefügt wurden, von dem Schild komplett abgefangen. Die Schildmarkerkarte verhindert dabei eine beliebige Menge an Schaden, muss aber danach direkt abgelegt werden. Unser Gegner hat seine besiegte Einheit abgelegt, wir haben unsere Einheit hier erschöpft und dann ist unser Gegner am Zug. Dieser entscheidet sich ebenso anzugreifen und zwar mit seinem TIE-Fighter unsere Basis hier. Er fügt zwei Schadenspunkte zu, die wir als Schadensmarker nun auf unserer Basis auslegen müssen. Damit wir im Weltraum nicht ganz so wehrlos sind, entscheiden wir uns eine Weltraumeinheit auszuspielen. Diese kostet zwei Ressourcen, die wir dann erschöpfen, wie auch die eben gespielte Karte. Darauf spielt auch unser Gegner eine weitere Einheit aus und zwar eine Bodeneinheit, die ihm hier drei Ressourcen kostet. Den Effekt der Karte müssen wir hier im Blick halten, denn wenn die Einheit besiegt wird, kann sie als Ressource ausgelegt werden. Als nächstes führen wir wieder die Aktion von Luke Skywalker durch, wir geben eine Ressource aus und erschöpfen ihn. Dafür können wir dann der gerade gespielten Weltraumeinheit einen Schildmarker geben. Unser Gegner nutzt die Chance, die Initiative an sich zu nehmen und legt den Marker vor sich aus. Auch wir können jetzt nichts weiter tun als zu passen und damit ist die Aktionsphase wieder beendet. Als erstes ziehen wir wieder zwei neue Karten auf die Hand und unser Mitspieler tut das gleiche und entscheidet sich eine davon als Ressource auszulegen. Wir legen auch eine Karte wieder als Ressource vor uns aus und machen dann wieder alle unsere Karten spielbereit. Diesmal beginnt unser Gegner, der mit seiner Bodeneinheit hier leer angreift. Beide Einheiten fügen sich gegenseitig zwei Schaden zu, sind also besiegt. Während unsere Einheit ohne weiteren Effekt auf den Ablagestapel gelegt wird, wird die von dem Gegner nicht auf den Ablagestapel gelegt, da er eine Wenn-Besiegt-Fähigkeit hat. Diese erlaubt es ihnen, die Karte als Ressource vor sich auszulegen und direkt spielbereit zu machen. Auch wir entscheiden uns anzugreifen und zwar den TIE Fighter, dabei fügen wir uns beide jeweils zwei Schadenspunkte zu. Die Einheit hat dabei einen Wiederherstelleneffekt, der ihr beim Angriff erlaubt, einen Schaden von unserer Basis zu heilen. Während auf der anderen Seite durch den Schaden der TIE Fighter besiegt wurde und abgelegt wird, wird auf unserer Seite nur die Schildmarkerkarte abgelegt. Unser Gegner spielt eine neue Bodeneinheit für die Kosten von zwei Ressourcen aus und wir reagieren damit ebenso mit dem Ausspielen einer Bodeneinheit. Unsere kostet allerdings drei Ressourcen. Als nächstes führt unser Mitspieler die Aktion von Darth Vader aus. Das kostet ihn eine Ressource und er muss Darth Vader dann erschöpfen. Der Aktionseffekt besagt dabei, wenn er eine Karte mit dem Aspekt Niedertracht ausgespielt hat, darf er einer Einheit einen Schaden zu fügen und unserer Basis einen Schaden zu fügen. Während wir unsere Anführeraktion diese Runde nicht nutzen können, weil die ausgespielte Einheit nicht das benötigte Heldentum-Aspekt hat, können wir uns stattdessen dafür entscheiden, eine Upgrade-Karte anzulegen. Diese kostet nur eine Ressource und damit verstärken wir unsere Bodeneinheit, die nun sieben Trefferpunkte hat. Nachdem der Imperium-Spieler noch eine Bodeneinheit ausgespielt hat, nehmen wir die Initiative an uns. Daraufhin passt unser Gegenspieler und wir gehen dann wieder zur Sammelfase über. Wir ziehen wieder zwei Karten und davon legen wir eine auch direkt als Ressource vor uns aus. Die erschöpften Karten machen wir dann alle wieder spielbereit. Da wir die Initiative haben, beginnen wir mit einem Angriff und greifen hier Admiral Motti an. Er erhält dabei zwei Schadenspunkte und schießt mit einem Schadenspunkt zurück. Dadurch ist er auch besiegt und seine Wenn-Besiegt-Fähigkeit löst aus. Allerdings bringt ihm diese an dieser Stelle nicht viel, denn er dürfte eine Einheit, die das Aspekt Niedertracht hat, wieder spielbereit machen. Er hat keine erschöpfte Einheit mit diesem Aspekt, das heißt die Einheit wird einfach besiegt, abgelegt. Das war letztendlich auch der Grund, warum wir diese Einheit zuerst angegriffen haben. Danach entscheidet sich unser Mitspieler direkt ebenso anzugreifen und zwar mit seinen Schneetruppen hier. Diese haben eine besondere Fähigkeit und zwar erhalten sie einen Stärkebonus von plus zwei, wenn sie eine beschädigte Einheit angreifen. Daneben hat die Einheit auch Überwältigen, das heißt überschüssige Schadenspunkte würden auf die Basis gehen. Zuallererst, unsere Einheit ist beschädigt, das heißt die Schneetruppen können hier mit einer Stärke von vier angreifen. Sie müssen auch unsere Bodeneinheit angreifen und können nicht wahlweise unsere Basis angreifen, da unsere Bodeneinheit ein Wachposten ist. Solange dieser Wachposten im Spiel ist, können gegnerische Einheiten nur diesen Wachposten angreifen. Das heißt wir erhalten nun vier Schadenspunkte von der gegnerischen Einheit, womit die Einheit hier in Summe schon sechs Schadenspunkte gesammelt hat. Auf der anderen Seite verursachen wir zwei Schadenspunkte, was aber nicht ausreicht, um die gegnerische Einheit zu besiegen. In unserem nächsten Zug spielen wir eine Ereigniskarte und zwar den Überraschungsangriff. Dieser erlaubt es uns, mit einer spielbereiten Einheit anzugreifen und ihr plus drei Stärke zu geben. Das wenden wir auf unseren Weltraumjäger an, der nun mit einer Stärke von fünf angreifen kann. Zu beachten ist auch wieder der Wiederherstelleneffekt, durch den wir einen Schadenspunkt von unserer Basis entfernen. Wir greifen dann die gegnerische Basis mit fünf Schadenspunkten an und die Ereigniskarte legen wir dann auf unseren Ablagestapel. Unser Gegner spielt nun ebenso eine Ereigniskarte aus und durch den Karteneffekt kann er die ausgespielte Karte als Ressource vor sich ablegen. Die Einschränkung hier ist allerdings, dass die Karte nicht spielbereit gemacht wird, also erst in der nächsten Runde spielbereit ist. Für drei Ressourcen spielen wir dann noch eine weitere Weltraumeinheit aus. Diese hat einen Wenn-Gespielt-Effekt, dass wir einer befreundeten Rebelleneinheit zwei Erfahrungsmarker geben dürfen. Wir haben nur eine andere Rebelleneinheit im Spiel und zwar die andere Weltraumeinheit, der wir dann halt zwei Erfahrungsmarker anlegen. So hat nun der andere Weltraumjäger eine Stärke von vier und fünf Trefferpunkte. Unser Mitspieler spielt neue Sturmtruppen aus und darauf entscheiden wir uns dann, die Initiative an uns zu nehmen. Anschließend aktiviert unser Gegner wieder die Aktion von Darth Vader und fügt einer unserer Einheiten als auch unserer Basis einen Schadenspunkt zu. Das war es dann auch gewesen mit unserer Bodeneinheit. Diese hat nun sieben Schadenspunkte auf ihr zu legen, das heißt sie ist besiegt inklusive der Upgrade-Karte, die unter ihr liegt. Beide Karten werden dann also auf unseren Ablagestapel gelegt. Da wir die Initiative an uns genommen haben, müssen wir auch die restliche Runde weiterhin passen und es ist durchgängig jetzt unser Gegner am Zug, solange bis dieser auch passt. Unser Gegner hat tatsächlich schon sieben Ressourcen vor sich ausliegen und kann damit nun seine epische Aktion einsetzen. Das heißt, er kann nun Darth Vader als Anführer rufen und er dreht ihn so auf die Einheitenseite um und bringt ihn auch direkt als Einheit in das Bodenkampfgebiet ins Spiel. Wichtig zu beachten ist, dass die Ressourcenkosten hier oben links nicht aktiv von dem Spieler ausgegeben werden müssen. Er muss die Ressourcen nur besitzen, egal ob diese erschöpft sind oder nicht. Da wir immer noch passen, entscheidet er sich mit seinem nächsten Zug auch direkt anzugreifen. Beim Angriff kommt zuallererst seine beim Angriff Fähigkeit zum Einsatz, wo er einer Einheit zwei Schadenspunkte zufügen darf. Dabei schickt er zwei Schadenspunkte auf unseren Geschwaderführer, der dann auch zerstört ist. Da der Geschwaderführer durch eine Fähigkeit vernichtet wurde, schießt er auch nicht zurück und wird einfach besiegt abgelegt. Die fünf eigentlichen Schadenspunkte, die Darth Vader nun verursacht, fügt er nun unserer Basis zu. Danach beendet der imperiale Spieler auch seinen Zug und passt und damit sind wir nun in der Sammelfase. Von den zwei gezogenen Karten legen wir auch wieder eine als Ressource vor uns aus, damit wir nun auch genügend Ressourcen haben, um unseren Anführer zu rufen. Unsere Karten haben wir dann wieder spielbereit gemacht und da wir die Initiative haben, beginnen wir unseren Zug mit dem Ausspielen einer Bodeneinheit. Das kostet uns drei Ressourcen, die wir entsprechend erschöpfen, genauso wie die ausgespielte Bodeneinheit. Unser Mitspieler greift nun wieder mit Darth Vader an und mit seiner beim Angriff Fähigkeit fügt er wieder zwei Schadenspunkte einer Einheit zu. Diesmal fällt seine Wahl auf die gerade ausgespielte Bodeneinheit und die fünf Schadenspunkte, die er verursacht, gibt er dann wieder unserer Basis. Für das Einsetzen einer Ressource nutzen wir Lukes Fähigkeit, um der Bodeneinheit, die wir gerade gespielt haben, einen Schildmarker zu geben. Unser Mitspieler greift dann mit seinen Sturmtruppen unsere Bodeneinheit an, womit diese auch sofort wieder ihr Schild verliert. Da es sich hierbei um einen Angriff handelt, schießen unsere Bodentruppen aber zurück und besiegen damit die Sturmtruppen. Wir greifen dann mit unserem Weltraumjäger an, der nun wieder einen Schadenspunkt von unserer Basis teilt. Eine gegnerische Weltraumeinheit gibt es nicht, das heißt wir greifen die gegnerische Basis an und diese erhält nun vier Schadenspunkte. Als nächstes greift unser Gegner mit den Schneetruppen an, die wieder ihre Fähigkeit hier zum Einsatz bringen, wenn sie eine beschädigte Einheit angreifen. Das heißt in Summe werden vier Schadenspunkte verursacht, wovon zwei ausreichen, um unsere Bodeneinheit zu besiegen. Das heißt unsere Einheit wird abgelegt und die übrigen zwei Schadenspunkte werden dann auf unsere Basis gelenkt. Allerdings hat unsere Einheit auch noch mit zwei Schadenspunkten zurückgeschossen, das heißt die gegnerische Einheit ist ebenso vernichtet. Nun möchten wir auch Luke Skywalker ins Spiel bringen, wir haben sechs Ressourcen, das heißt wir dürfen unseren Anführer rufen. Auf der anderen Seite lässt der Imperiumspieler nicht nach, er gibt acht Ressourcen aus, um den Imperator ins Spiel zu bringen. Dieser hat einen Wenn-Gespielt-Effekt, er darf sechs Schadenspunkte nach Wahl auf feindliche Einheiten aufteilen. Fünf Schadenspunkte schickt er auf den Weltraumjäger, womit dieser zerstört ist und ein Schadenspunkt auf Luke. Mit vier Schadenspunkten greifen wir dann Darth Vader an, der mit fünf Schadenspunkten zurückschlägt. Unser Gegner nimmt dann die Initiative an sich und wir entscheiden uns noch mit zwei Ressourcen eine unserer Upgrade-Karten auszuspielen. Und zwar Lukes Lichtschwert, das wir hier auch direkt an ihn anlegen und damit alle Schadenspunkte, die auf ihm liegen, sofort heilen. Zusätzlich erhält Luke auch noch einen Schildmarker. Dann passen wir ebenso und die Aktionsphase ist beendet. Sowohl unser Gegner als auch wir haben uns entschieden, von den zwei gezogenen Karten keine Karte als Ressource auszuspielen. Unser Mitspieler hat die Initiative und er entscheidet sich als erstes mit Darth Vader anzugreifen. Dabei wählt er wieder unsere Basis als Ziel aus. Zuvor darf er aber einer Einheit zwei Schaden zufügen, die er dementsprechend hier auf Luke schickt. Die Schilde von Luke verhindern die zwei Schadenspunkte und der Schildmarker wird abgelegt. Allerdings erhält die Basis fünf weitere Schadenspunkte. Bevor der Imperator hier ebenso aktiv wird, entscheiden wir uns ihn mit sieben Schadenspunkten anzugreifen. Er schlägt hier allerdings mit sechs Schadenspunkten zurück. Das heißt, wir sind hier noch nicht besiegt, allerdings ist der Imperator besiegt. Für die Kosten von zwei Ressourcen entscheidet sich unser Mitspieler Darth Vader's Lichtschwert auszuspielen. Als Ausspieleffekt darf er einer Bodeneinheit vier Schadenspunkte zufügen und hier fällt seine Wahl auf unseren Anführer Luke. Durch die vier weiteren Schadenspunkte ist er nun besiegt und nun wird er mit seiner Nicht-Anführerseite wieder für uns ausgelegt. Und zwar im erschöpften Zustand als auch mit einem epischer Aktionsmarker, um anzuzeigen, dass er nicht nochmal im Spiel gerufen werden kann. Für die Kosten von drei spielen wir dann Yoda als neue Einheit aus. Unser Mitspieler bringt einen ATSD ins Spiel und wir einen X-Flügler. Darauf nimmt unser Gegenspieler wieder die Initiative an sich und wir passen darauf, womit wir wieder in der Sammelfase sind. Während unser Mitspieler seine beiden gezogenen Karten auf der Hand behalten hat, haben wir eine als Ressource ausgespielt. Mit seiner ersten Aktion möchte unser Gegenspieler wieder die Basis angreifen und zwar mit Darth Vader, der wieder seine beim Angriff Fähigkeit einsetzen kann. Das heißt zwei Schaden auf eine beliebige Einheit zusetzen. Seine Wahl fällt hier auf Yoda, der zwei Schadenspunkte erhält und die acht Trefferpunkte schickt er dann auf unsere Basis. Wir spielen dann für die Ressourcenkosten von sieben Han Solo aus und dieser hat die Fähigkeit Hinterhalt. Das heißt, nachdem wir die Einheit gespielt haben, dürfen wir sie direkt spielbereit machen, um eine andere Einheit anzugreifen. Das tun wir auch. Wir greifen jetzt Darth Vader an, um ihm sechs Schadenspunkte zuzuweisen. Zusätzlich gilt bei Han Solo noch, wenn der Schaden, der zugefügt wird, dazu führt, dass die gegendrische Einheit besiegt ist, fügt sie wiederum Han Solo keinen Schaden zu. Das ist hier der Fall. Mit den zusätzlichen sechs Schadenspunkten ist Darth Vader besiegt und er wird dann nun abgelegt. Da es der Anführer war, wird er mit der Nicht-Anführerseite wieder zurück in den Bereich in der Mitte gelegt und ein epischer Aktionsmarker auf die Karte. In seinem nächsten Zug greift unser Gegenspieler mit seinem ATS-T direkt unsere Basis an und fügt sechs Schadenspunkte zu. Damit liegen auf der Basis nun mehr als 30 Schadenspunkte und dieses besiegt und damit haben wir das Spiel verloren. Das Imperium hat hier also obsied. An der Stelle beende ich die Beispielrunde mit euch und ich hoffe, ihr konntet einen guten Eindruck von dem Spiel gewinnen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich sage schau und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.